Der Familienservice ist ursprünglich mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Bezug auf Kinder an den Start gegangen. Und fünf Jahre nach der Gründung haben wir uns dann mit der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf intensiv beschäftigt. Zu Beginn war es für die Unternehmen sehr ungewöhnlich, Pflege mit Beruf zu vereinbaren und sich dafür zuständig zu fühlen. Die meisten Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen betreut. Es ist jetzt so, dass Mitarbeiter mit Pflegebedürftigkeit konfrontiert werden, was für sie meistens komplett neu ist, zieht das sehr viel Energie ab und führt zu großer Verunsicherung. Es geht in dem Fall um einen Rollenkonflikt. Man hat einerseits den Mitarbeiter, der einer bestimmten Stellenbeschreibung gemäß sich verhält und auch genau weiß, was eigentlich seine Aufgabe im Unternehmen ist. Und plötzlich, durch die Pflegebedürftigkeit im Familienbereich, wird aus dem Mitarbeiter wieder ein Kind. Und dieses Kind ist plötzlich auch im Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen hier eine Haltung entwickeln, dass sie wissen, wie sie auf eine solche Thematik reagieren. Dass sie den Mitarbeitern zum einen auf eine bestimmte Weise begegnen, gesprächsbereit sind und gleichzeitig Möglichkeiten anbieten können, um diese Vereinbarkeit besser herzustellen. Die Führungskräfte sind natürlich informiert, dass Pflege und Beruf ein wichtiges Thema darstellt. Auch der Gesetzgeber hat über Pflegezeit und über Familienpflegezeit hier ganz neue Weichen gestellt. Also im Bewusstsein der Führungskräfte ist es längst angekommen, aber in der Praxis ist es oft schwierig. Wie spreche ich ein solches Thema an? Ich beobachte, dass ein Mitarbeiter sich nicht so verhält, wie er sich sonst verhält. Wie gehe ich dieses Thema an? Man wächst an Störungen. Und wenn es gelingt, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter ermuntert werden, beides zusammenzudenken, also sowohl jetzt das unternehmerische als auch das menschliche, wird das Unternehmen sich insgesamt gestärkt fühlen und die Mitarbeiter fühlen sich gemeint, fühlen sich eingebunden und sind zufriedener und identifizieren sich noch mehr mit ihrer Berufstätigkeit und ihrem Unternehmen. Und wenn es gelingt, dass sowohl Führungskräfte als auch das Unternehmen,